Bitte fahr schneller, es ist schon ganz schön spät. Es tut mir leid, dass ich so ängstlich bin, nur heute Nacht da. Uns passiert nichts. So wie jedes Jahr. Nein, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Niemand wird uns heute Nacht helfen. Ist ja gut. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Coach, der Säuberung. Shane. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für zwölf Stunden erlaubt. Rettungskräfte stehen nicht mehr zur Verfügung. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vergiss nicht, wie viel Gutes die Säuberung uns bringt.